Es gab eine Zeit in New York, wo sich selbst Polizisten in Teile der Bronx nicht mehr hereintrauten. No-Go-Areas für Ordnungshüter. Das hat sich inzwischen wieder geändert, dank einer radikalen Null-Toleranz-Strategie, für die man allerdings auch massive Polizeipräsenz brauchte. So etwas, könnte man meinen, ist der Stoff, aus dem amerikanische Fernsehserien gemacht werden. Doch leider ist das auch der Stoff, mit dem sich hierzulande Innenminister und Sicherheitsexperten beschäftigen, so wie derzeit auf einem Kongress in Berlin. Denn auch in Deutschland hat die Gewalt gegen Polizeibeamte erschreckend zugenommen. Und auch hier entwickeln sich regelrechte No-Go-Areas. Und das keineswegs nur in Berlin oder Hamburg. Wehret den Anfängen, möchte man rufen. Doch stattdessen fühlen sich die Polizisten im Stich gelassen. Stefanie Gargosch berichtet. Essen, nördliche Innenstadt. Lange kämpfte die Polizei hier um die Hoheit über die Straße. Regelmäßig wurden sie angepöbelt, bedroht. Nicht etwa nur von Einzelnen, sondern von Gruppen. Meist Heranwachsende mit sogenanntem Migrationshintergrund. Es gab immense Probleme mit jugendlichen, arabischer Nationalität. Die haben also gesagt, nee, das ist unser Bereich, wir sind zuständig. Die deutsche Polizei hat uns hier überhaupt nichts zu sagen. Fahrt ihr mal schön wieder, wir klären das untereinander. Bilder von solchen Zusammenstößen gibt es nur selten. Wie etwa hier während einer Festnahme in Niedersachsen. Doch die Staatsmacht, Polizei, klagt inzwischen selbst über den Verlust ihrer Autorität. Zahlen spiegeln den Leidensdruck. So stieg die Gewalt gegen Polizisten bundesweit in zehn Jahren um 28,6 Prozent. Noch drastischer der Trend bei Jugendlichen. 2006 widersetzten sie sich über 6.000 Mal der Polizei. Ein Anstieg von 55 Prozent. Wie viel Angst sich hinter dieser Statistik verbirgt, erzählt uns eine Polizistin aus Berlin. Wir hatten einen stinknormalen Einsatz, aber der schaukelte sich hoch. Aus zehn wurden 20, 30, 50 Männer, die uns beschimpften, bespuckten. Es war grauenvoll. Es kam zu Körperverletzungen, zu Tritten gegen Beamte. Wir haben doch alle eine Uniform angehabt trotzdem. Wir haben dann immer wieder Verstärkung angefordert und haben keine gekriegt, weil die woanders einen Einsatz hatten. Alltag in den Problemkietzen von Berlin, meint die Polizistin, die nur verdeckt mit uns redet, weil sie sonst wohl ihren Job verlieren würde. Auch weil das, was sie erzählt, an Tabus rüttelt. Ich glaube im Grunde, dass es schon solche sogenannten No-Go-Areas gibt. Ganz einfach, weil der Respekt bei der Bevölkerung nicht mehr da ist und weil es zu wenig Polizisten auf der Straße gibt. No-Go-Areas, also Tabuzonen. Offiziell will man davon in Berlin natürlich nichts wissen. Und auch Polizisten gibt es trotz sinkender Stellenzahl angeblich genug. Solche No-Go-Areas darf es nicht geben und die gibt es auch nicht. Wir sind in der Stadt präsent und zwar in jedem Winkel dieser Stadt. Wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben, auch mit den Kollegen, auch untereinander, dass wir die Informationen kriegen, die nötig sind, um die Einsätze entsprechend zu bewältigen. Miteinander sprechen. Vielen Polizisten in Berlin wäre Handeln lieber. Sie fühlten sich im Stich gelassen, erklärt uns ein Einsatzleiter. Zögen ihre Konsequenzen. Es gibt Beamte, die Angst haben, dass sie angegriffen und danach angezeigt werden. Das führt dazu, dass sie nicht mehr richtig arbeiten, weil die sagen, wenn ich rausgehe und von irgendjemandem angezeigt werde, kann ich nicht mehr befördert werden. Das hat zur Folge, dass sie bei einem Einsatz lieber nochmal um die Ecke fahren. Verprügelt und obendrein angezeigt, das kennen sie auch in Essen. Doch anders als in Berlin verstärkten sie hier die Einsätze, patrouillieren täglich in den Problembezirken. Mit Erfolg. Ich denke, das ist schon sehr wichtig, damit eben gar nicht erst dieser Eindruck entsteht, man könnte tun und lassen, was man wollte und der Staat oder die Polizei in dem Falle würde wegsehen. Außerhalb Essens aber haben Polizisten immer öfter Angst hinzusehen, auch weil ihre Angreifer nur selten hart bestraft werden.